Ja, das war ein sehr guter Vorcheck von Yassin und dann habe ich mich einfach vorm Tor positioniert und wollte die Scheibe einfach aufs Tor bringen. Ich denke, das ist ein zu überraschender Torwart immer in so einer Situation und ja, zum Glück ist jetzt auch endlich mal wieder einer reingegangen, hat ja ein bisschen gedauert bei mir.